Konrads Initiative. Konrad muss sich bedanken, dass ihr Mephret und Mnago geholfen habt. Ja, kein Problem. Mnago oder wie wird das ausgesprochen? Ihr habt Mephret und Mnago gute Hilfe geleistet und der Befreiungsarmee zu einem großen Dienst erwiesen. Der Bund der Mongritte versteht es wirklich, sich nützlich zu machen. Yay. Was ist denn das nochmal für gestalten? Seid ihr gerade eine Anlagebesprechung? Hoffentlich verläuft alles nach Plan. Ich habe die beiden vergessen, wenn die schon mal vorkamen. Willkommen zurück, Bruderherz. Konrad hat uns gerade seinen Dank ausgesprochen. Hast du Verstehung mitgebracht? Warte, die habe ich gar nicht gesehen. Ich bin so doof. In der Tat, viele der Abenteuer, die für den Bund kämpfen wollen, sich unserer Sache anschließen. Ich habe auch jemanden bei mir, der für sie sprechen wird. Arrenwald. Mein Name ist Arrenwald Lentinus. Meine Mutter stammte aus Alamigo. Mein Vater war Galea. Oh. Ich möchte auf der Seite Alamigos kämpfen und es vom Joch des Kaiserreichs befreien, damit keine Frau mehr zu allein hat, als meine Mutter zu allein hatte. Der verwehrt mir diese Ehre nicht. Auch wenn das ein... Es wird uns eine Ehre sein, einen Kämpfer wie dich in unseren Reihen zu haben. Sehr willkommen, Sohn Alamigos. Wir warten neue Kämpfer aus Alaganha. Und nach der erfolgreichen Reaktion mit unseren neuen Verbündeten von der EOS-Siechen Allianz haben mehr und mehr Anführer einanderer Gruppierungen die Bevorragungsarmee gemeldet, dass sie sich mit uns zusammentun wollen. Sobald die neuen Einheiten eingetroffen sind, können wir es wagen, die Initiative zu ergreifen. Es sollte nicht mehr lange dauern. Selbstverständlich. Ich brenne darauf, zum Angriff rüber zu gehen. Wir haben die Galea lange genug geschont. Was? Direkt angreifen? Jetzt schon? Ich bin noch erst sechs Folgen in Stormblatt drin. Also das müsste jetzt die sechste Folge Stormblatt sein. Aber ich tue sie ja nicht einzeln betiteln für die... Warte. Zur gleichen Zeit im Königsverlass von Alamigo. Okay, ähm, was passiert dir? Das ist aber kein Deutsch, was ich da singen, ne? Was für eine Sprache ist das? Ich kann auch nicht herausfinden, ob das eigentlich ist. Vielleicht bin ich auch einfach doof gerade. Das ist auf jeden Fall der... Was ist das? Kaiser? Ich weiß es nicht mal. Egal, mal ist es ein Kaiserreich, ne? Okay, die gehen da in den Palast von Alamigo. Für was? Was machen sie hier? Übrigens, ich mag das... Ich wollte Logo sagen, das Banner ist Kaiserreich, also von Galea halt nicht. Es sieht aber so aus, so nach gar nichts. Warte, sahst du immer so aus? Sahst du nicht mal anders aus? Die eorseeischen Truppen haben den Belsawal eingenommen und verwickeln unsere vorrückenden Regimenter zunehmend in Scharmützel. Ein Spähtrupp, der mit einem unserer neuen Frontbrecher ausgerüstet war, ist auf eine feindliche Einheit gestoßen. Es kam zu einem heftigen Gefecht, in dessen Verlauf wir eine empfindliche Niederlage erlitten. Ja. Der Arme hat überlebt. Hatte er denn keine Gelegenheit, bis zum Tod zu kämpfen? Hoffentlich gelingt es seiner Familie, mit dieser Schande zu leben. Er wird ihn hinrichten lassen. Ich möchte nicht nachtragend wirken, aber diese Niederlage muss personelle Konsequenzen haben. Sehr wohl. Ich werde den Soldaten degradieren und strafversetzen. In der 12. Legion eurer Exzellenz ist kein Platz für Schwächlinge. In Richtung. Oder? Wie recht du doch hast. Für Schwächlinge ist kein Platz. Oh shit. Wen... Wen tötet er denn jetzt? Den Dude hier? Er ist nur der Überbringer. Man tötet nicht jenen Überbringer. Eurer Exzellenz. Von schlechten Nachrichten. Alter. Hast du diesen Angriff auch nicht erwartet? Was für ein unglücklicher Umstand, der nicht zu vermeiden war. Was für ein Arsch. Die eorzeischen Wilden haben einen unbekannten Primae beschworen und den Belsabal eingenommen. Und warum ist es dazu gekommen? Keine Ahnung. Warte, er ist nicht der Kaiser? Wenn der Jäger nicht zur Beute kann, muss die Beute eben zum Jäger kommen. Deswegen habe ich dieser erbärmlichen Allianz den Weg nach Gür Arbania geöffnet. Nur, was für eine langweilige Jagd, wenn die Beute so schwach und hilflos ist. Man muss ihr Raum zur Flucht lassen. Ihr Hoffnung machen. Nur entwischen lassen darf man sie nicht. Warte, er. Deswegen habe ich ihn auch nicht erkannt. Er ist nicht der Kaiser. Ich bin so doof manchmal. Oder ist er der Kaiser? So still? Hat denn keiner meiner eifrigen Jagdhunde einen Vorschlag zu machen, wie man die Wilden aus Eorzea am vergnüglichsten hetzen könnte? Um ehrlich zu sein, habe ich gerade den Kaiser nicht vor dem Auge, wie er nochmal aussah. Aber nicht so, glaube ich. Ah, du! Ich habe einen Vorschlag. Wer hat dir erlaubt zu sprechen, Migithin? Dir wird die Ehre zuteil, für den Kaiser sterben zu dürfen. Aber das heißt nicht, dass du hier deinen vulgären Mund aufreißen darfst. Eine Wilde möchte also die Ehren jagen? Ausgezeichnet. Also, sprich. Vielen Dank, eure Exzellenz. Also, ich würde folgendes tun. Was denn? Das ist geheim. So eine Scheiße. Ich hätte gern gewusst, was die vorhaben. Ich hätte das gern gewusst. Oh. Atunago. Ich suche mal ein bisschen rein. Atunago. Ich werde mich mal umsehen, ob ich jemandem helfen kann. Was würde ich hier machen, bis die neuen Einheiten hier sind? Wir wollten es natürlich auch nützlich machen. Ich sehe das als Teil unserer Vermittlerrolle. Helfe der Befragungsarmee, wo wir nur können. Hier, Fliese, Alicé. Seht euch in Reilgas Wachtturm. Und helft, wo ihr nur könnt. Wir wollen nicht nur den westlichen Eindruck hinterlassen. Wir wollen auch, dass die Befragungsarmee optimal auf die bevorstehenden Kämpfe vorbereitet ist. Ich danke euch allen. Es gibt bestimmt eine Menge zu tun. Packt mir jetzt an. Äh, Verteidigung. Das macht am meisten Sinn. Dann setze mir mal die Sachen ein. Warte. Wo sind die Ohrringe? Wieso ist die nicht besser? Wo sind meine Ohrringe? Abbrechen. Finger links, Finger rechts. Handgelenk, Hals. Da Ohren. Da. Warte, die sind... Die sind doch nicht... Den Pfeil habe ich einfach nicht gesehen. Tut mir leid. Manchmal bin ich dem nicht. Äh, mit wem... Kann ich mit mehr als so einer Person? Ja, ich kann mit mehreren. Zeugen bewegte Zeiten. Das ist ein Dungeon. Ja, wir machen das nach der Reihenfolge. Äh, auch wenn hier mehrere Sachen sind. Frisch gewürzt, ist gut bekommen. Ausbildungsbeginn. Und... Zeugen bewegter Zeiten. Um ehrlich zu sein, mache ich erstmal eine Pause. Und mache jetzt sofort gleich weiter. Weiter geht's. Bevis. Zeugen bewegter Zeiten. Bevis will die bewegte Gegenwart für die Nachwelt festhalten. Aha, ein Freiwillig. Moment. Ist doch der Beziehung der... Des galerischen Wolfs. Da will ich dich trotzdem mit einer Bitte behiligen. Ich bin Historiker. Auch wenn ich unter den Galerischen natürlich nicht als solcher tätig sein konnte. Und bin nun dabei, die Umwälzungen der Gegenwart für die Nachwelt aufzuschreiben. Das Grundgerüst des Werks steht bereits, doch ich muss meine Thesen natürlich durch die Aussagen der unmittelbaren am Geschehen Beteiligten unterlegen. Könntest du mir helfen, die Kämpfer von Rallgasmacht zu den Bewegungen zu befragen, warum sie sich der Befreiungsarmee angeschlossen haben? Ich gebe dir ein Notizbuch, da kannst du die Berichte aufschreiben. Bitte detaillereich ohne persönliche Wertung. Ach du Scheiße. Äh. Nee. Nee. Hier. Ich lasse euch mal in Ruhe. Da ist jemand. What's from Dungeon. Ich weiß, ich könnte auch mit dem Kokobo reiten und vielleicht sollte ich das auch tun. Das sieht ein bisschen weit weg aus. Ich werde jetzt gleich auch aufhören, weil, wie gesagt, ich wollte dieses neue Feature testen, dass nur der Sound von einem bestimmten Programm bzw. Spiel aufgenommen wird. Rottma, du bist der Typ, der vor dem Dungeon steht. Weiß nicht, wie ich das nennen wollte. Um ich zur Befreiungssammelgeschoss bin. Tja, ich wollte jemanden rächen. Mein engster Freund, wir waren gerade mit unserem Mann auf dem Markt an Alamigo, von Alamigo, als eine galische Patrouille vorbeikam. Ein Soldat hat sich eine Handvoll Obst genommen, einfach so. Mein Freund hat nur die Hand gesehen und ihn angefahren, dass er wieder hinlegen soll. Erst dann wurde ihm sein Fehler klar. Die Galera schaute meinen Freund nur an und brachte ihn auf die Stelle um. Nachher hieß es, er hätte unter dem Verdacht staatsfeindliche Aktivitäten gestanden. Staatsfeindliche Aktivitäten, die sollen sie bekommen, habe ich mir da geschworen. Okay. Hier sieht es gut aus. Was ist denn das da? Ah, ich glaube, es ist nur so eine Wasserhose. Ich habe mich mal in den Shop von Final Fantasy XIV umgeguckt, also den Eschgeld-Shop. Oh, also Murkrieg-Kiosk heißt das, glaube ich. Und da kann man, ich habe ja wie gesagt darüber geredet, darüber nachgedacht, Dragoon zu machen. Also auf Dragoon zu spielen. Und ich habe dann aber gesagt, nee, da muss ich ja von 1 anfangen, also von Level 1 anfangen, um mich hochleveln. Deswegen mache ich das nicht. Das Ding aber ist, man kann sich natürlich hochkaufen, aber das Ding ist auch, man kann sich nur auf Level 80 hochkaufen. Was ich nicht verstehe, weil wenn man nur zum Beispiel jetzt für Stormblood spielen will, dann kann man sich nicht auf Level 60 hochkaufen. Man kann sich auch nicht auf Level 90 hochkaufen, um das Endgame von Endwalker zu spielen. Also den Content, den es da am Ende gibt, sondern man kann sich nur auf Level 80 hochkaufen. Und muss, wenn man mit seinen Freunden das Endgame von Endwalker spielen will, muss man tatsächlich sich noch 10 Level hochleveln. Was für ein Quatsch. Der Grund, warum ich der Befrauensamt mir helfe, naja, ich bin eigentlich Köchchen und habe anfangs bei der Fission der Truppe geholfen. Aber je mehr ich mit den Kämpfern sprach, desto mehr schien mir, dass nur ein, dass mir nur Essen ausgeben einfach nicht genug ist. Alle riskieren so viel für unsere Sache, da habe ich mich auch für den Inkampf gemeldet. Äh, okay. Ach, das ist eine neue Quest. Ja, wenn wir ja schon mal hier sind, dann nehmen wir die Quest mal an. Äh, Lisa, fehlend Zutat für das Essen. Frisch gebürzt ist gut bekommen. Nein, das ist, es ist noch nicht fertig. Wie, du willst mir helfen? Das ist aber nett von dir. Dann bringen wir doch bitte sechs bunt Wildkotter von TB hinten am Lagerplatz. Und du wirst dich weg, das Essen nehme ich nicht ganz, gar nicht. Nach gar nichts. Ich kann hier leider nicht weg, sonst brennt alles an. Okay, TB war, glaube ich, da ganz hinten. Äh, auf, ich gucke wo? Wo ist denn der Rest? Der Rest ist, also einer ist hier. Irgendwo. Wahrscheinlich hier hinter. Warte, gerade weg. Kann ich mit den Chocobo ins Wasser? Hier kann ich nicht. Kann man eigentlich tauchen? Weil in irgendeiner Erweiterung kann man tatsächlich unter Wasser tauchen. Oh, hoher Besuch. Was führt den Helden der Stunde zu mir? Was mir zur Befreiungsarmee gebracht hat, was mich zur Befreiungsarmee gebracht hat, das kann ich dir sagen. Ich bin den Galearen davongerannt, dass sie nicht in der Armee einziehen wollten. Ich suche sich die, sie suchen sich die köptigen, köptigsten jungen Leute aus und verschleppen sie in irgendeine entfernte Provinz, wo sie dann gar nicht hinher kämpfen müssen. Ja, mit uns können sie ja es ja machen, weil wir keine Bürgerrechte haben. Aber wenn ich schon in mein Leben riskiere, dann im Kampf gegen diese Hunde und nicht für sie. Und dann Chocobo. Hier war aber auch noch irgendwo eine Quest zum Annehmen. Ja, die nehme ich mal kurz an. Da. Ah ja, es gibt ja hier Nagas oder wie nennen die sich Ausbildungsbeginn. Die Ananta-Kriegerin scheint jemanden zu suchen. Willst du mir helfen? Ich suche jemanden. Man hat mich gebeten, die neue Kämpfer auszubilden, aber nun ist der vereinbarte Zappo für die erste Übung schon lange vorbei und niemand ist hier. Sie haben sich wohl an der Zeit oder im Ort geirrt. Kannst du nachsehen, wo sie bleiben? Ich erwarte fünf neue Dinge. Okay, dann hier lang. Warte, welche Quest ist das? Okay. Dann machen wir die Quest hier erstmal zu Ende. Ich laufe mal kurz dahin. So, wo ist das denn hier? Oh, Rella. Warum? Von selbst kommen, dass die Freiheit nicht von selbst kommen wird. Wir müssen, ich muss für sie kämpfen. Äh, was ist das hier für... Ich habe nur den roten Punkt gesehen. Das ist die komische Titankiste, die ich bekommen habe. Und nicht benutzen kann, weil... Ich meine, ich könnte sie benutzen, aber das bringt ja kein... Was, wenn ich irgendwie... Level... Was ist das? Also, Item Level 80 oder so ein Käse benutze. Da ist jemand, betender Neuling. Das ist hier die Grabstätte, ne? So, zum Training kommen. Verstanden. Ich war ganz im Gebet versuchen. Hier ist meine arme Schwester begraben, weißt du? Wirklich, sie sind verdrohen. Oh, das ist... Das Ganze mit Krieg und der... Alle tot und so, das ist... Alle scheiße. Kriege scheiße. Wisst ihr? Ja, ich lache, weil die Aussage einfach dumm ist. Oder sich dumm anhört. Sagen wir es mal so. Krieg ist halt scheiße. Weil nur zu sagen, das Krieg scheiße ist, ist halt irgendwie auch doof. Ähm, weil... Nur sagen, Krieg ist schlecht, das hilft ja auch niemandem. Obwohl ich auch nicht viel irgendwie helfe. Ich wüsste auch nicht, wo ich helfe, also jetzt hier im echten Leben und so. Ich bin auch nicht von... Videospielkrieg ist schön und gut, aber erste Kriege, da reden wir mal nicht drüber, weil... Da habe ich nicht reden. Die Ausbilderin ruft, ist es soweit endlich. Ich habe jeden möglichen unbarmherzigen Tränen innerlich wieder und wieder durchgespielt. Mich kann keine so harte Ananta-Ausbildung beraschen. Ha! Okay, dann in die Richtung. So, wo ist hier die Person, die zum Platz soll? Da. Hat politologischer Neuling. Soll Alamigo zum Monarchiv zurückkehren oder sich zur Republik wandeln? Wer kann... Wer kann... Ja, wer soll an ihrer Spitze stehen? Wer kann... Ja... Hä? Mein Training beginnt. Oh, ich muss die Zeit übersehen haben. Dann laufe ich gleich los. Zuerst muss mir Alamigo ja auch befreien, bevor wir jetzt regieren. Richtig. Mal abgesehen davon, dass ich den Satz teilweise nicht verstanden habe. Hat ein bisschen komisch angehört, was er da von sich gegeben hat. Wir sollen... Okay, da. Diskussionsfreudiger Neuling. Oh, schon so spät. Wir haben gerade über die mögliche Strategie im Kampf gegen Agitek Waffen diskutiert. Es gab da einen Ansatz, den ich persönlich im Übrigen nur für den Wirkungsvoll zu halten. Und zwar... Äh, ja, ich bin ja schon weg. Danke. So, noch vier... Äh, ein... Noch ein... Noch ein Lehrling. Hans-Lehrlinge? Keine Ahnung. Hier ist auch die Quest zum Abgeben. Ich will erst mal... Das, was ich holen soll. Für die andere Quest. Ja, erstmal vom Chocobo runter. All dieser braucht sechs bunt Wildkräuter. Ich habe aber leider nur noch die drei bunt hier. Das muss sowohl selbst besorgen. Keine Sorge, du hast schon eine zusammenschließend. Ich weiß, dass eine Menge davon in der Nähe, ob sogar mit einem Integralgas wacht. Zum Glück habe ich die Quest direkt angenommen, weil ich muss hier nochmal Sachen suchen. Hast du einige Kämpfer befragt und das auch alles schön mitgeschrieben? Äh, hier habe ich... Zack, übergeben. Hm, also doch eine recht breite Palette von Gründen. Jeder scheint einen etwas anderen Hintergrund zu haben. Die Bewegung ist zwar nicht so homogen, wie ich angenommen hatte, aber es gibt einen roten Faden. Hache. Deine Berichte haben mir sehr geholfen, ein vollständiges Bild zu bekommen. Die Nöte und Verhältnungen der Vergangenheit war heizgetreu aufzuschreiben. Es ist ein unschätzbarer Beitrag zur einer friedlichen Zukunft. Hoffen wir, dass die Welt daraus werden wird. Okay. Haben wir das gemacht. Ich höre jetzt auch gleich auf. Wie gesagt, ich wollte dieses neue Feature testen von OBS. Ich weiß nicht, wie neu das ist. Das steht auf jeden Fall Beta und ich habe es vorher nie gesehen. Und deswegen würde ich sagen, das ist neu. Oder ich bin auch dämlich. Das könnte es auch sein. Äh, wo ist dieser letzte Dude? Nee, hier ist er nicht. Oder soll ich die Kräuter sammeln? Ist das hier eine Kräutersammel-Quest oder der Dude-Suchen-Quest? Da ist der Schatten-Interiet. Okay, ich weiß nicht genau. Ach, vielleicht hier im Tunnel. Weil da geht der Kreis noch hin. Was für ein Kack. Am Arsch der Welt hat er sich versteckt. Wie, was? Die Ananta-Ausbilderin sucht mich hoch. Da mache ich mich besser auf die Socken. Sonst verschlingt sie mich unmöglich bei dem billigen Leib. Was sie wahrscheinlich sowieso macht. Der hat ganz schön Angst vor dieser Schlangenfrau. So. Es waren vier Worte, wo ich diese Kräuter zusammensuchen kann. Ruhig mal kurz den Churubon. Ich nervte, dass er sich nirgendwo fliegen kann. Wie hast du so wenig Leben? Heute. Zum Glück ist das in Rallgas Wacht und ich muss nicht irgendwie rauslaufen und mit irgendwelchen Viechern kämpfen. So. Ja, ich bin gerade am Stadt-Iterit. Deswegen kann ich auch mal kurz zu dem hier. Ich glaube, das ist der nächste. Und dann hier ums Eck nach Kempel suchen. Wahrscheinlich ist das oben, ne? Von hier aus kann man glaube ich auch raus, so wie es aussieht. Äh, ich möchte aber nicht raus. Kann auch nicht mehr laufen, deswegen hole ich den Heinz. So. Da ist Ulgar Ironheart. Hab ich nicht schon mal gesagt, dass das ein komischer Name ist. Dass sie es irgendwie vergessen haben zu übersetzen. Aber vielleicht ist das einfach so. Vielleicht soll der Name so sein. Und die haben gar nichts übersetzt. Äh, vergessen zu übersetzen. So. Hier muss irgendwo noch die Kräuter sein. Da, bei in der Nähe von der Ananta-Kriegerin. Ich mach die Quests noch zu Ende und dann hör ich auf. Fürs Erste. Vielleicht spiele ich gleich schon ein bisschen weiter. Vielleicht auch nicht. Aber ich hab tatsächlich ein bisschen Bock weiter zu spielen. Also insgesamt. Äh, ja, insgesamt habe ich ein bisschen Bock weiter zu spielen, weil vor allem die Story mich interessiert. Ah, vielen Dank für deine Hilfe. Alle fünf Neulingen sind endlich aufgetaucht und zum Übungsplatz gegangen. Ich merke wohl, dass sie sich vor mir fürchten, aber ich will nicht, dass sie umsonst sterben, auch wenn wir unterschiedlicher Herkunft sind. Deshalb bilde ich die Neuen so streng aus. Mama, vielen Dank für deine Hilfe. Nun kann die Ausbildung beginnen. Aber einer war doch ganz cool mit der mit der Ausbildung. Äh, da hinten hin. Wo ist da hinten? Ah, hier hin. Bitte lass es nicht da oben sein. Bei der Schad-Tour oder was auch immer das mit dem Ding ist. Nein, ist es nicht da. Ich sag da, wir bist du denn? Huckuck. Äh, sammle das bitte. Okay, dünne Wildkräuter. Kann ich schneller schwimmen? Ja, wenn man sprintet, kann man auch schneller schwimmen. So. Ich spreche mich höher, wenn ich spinnte. Keine Ahnung. Ah, Lisa. Oder Lisa. Ich hab dein Zeug. Deine Gewürze. Du bist du ja, ich. Ja, äh, ein Kämpfer hat mich inzwischen gesagt. Ja, du bist, es tut mir so leid. Ich muss ja nicht, wenn ich vor mir habe. Ausgerechnet dich habe ich mit einer solchen Kleinigkeit belästigt. Hast du mir die Bunde mit Kotalent tatsächlich mitgebracht? Ja, ich war mal so nett. Du musstest hier davon sogar noch selbst sammeln? Ach, solche Umstände hast du dir wegen mir gemacht? Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Aber ich bin wirklich dir sehr dankbar. Dass die Lebensmittel nicht reichen, ist dir an der Tagesordnung. Und da soll das wenige, das wir zu essen haben, wenigstens nachher etwas schmecken. Dabei ist Hagar's Wacht noch besser dran, als es andere Siedlungen hier sind. Wir alle kräftige Leute und können halbwegs für uns selbst sorgen. Aber in vielen Dörfern sind die Kinder so mager, dass ich jetzt gar nicht mit ansehen kann. Deswegen bin ich dankbar für alles, was wir haben. Auch wenn jeden Tag fast das Selber auf den Tisch kommt, macht es uns immerhin satt und stärkt uns für den Kampf. Und irgendwann, wenn der Krieg vorbei ist, werden wir wieder um eine reiche Tafel sitzen und beschwert lachen. Und beschwert lachen können. Beschwert lachen. Ja, nee. Warte, da ist noch jemand, der meine Hilfe braucht. Was ist denn das für eine Quest? Volksfrömmigkeit. Legendärer Kämpfer. Hohengarde Kämpfer, meine ich. Kennen wir nicht? Keine Ahnung. Aber hier höre ich jetzt erst mal auf. Das war es erst mal für das Erste. Ich bin einfach zu doof zum Reden heute. Keine Ahnung. Ich bin auch ein bisschen, ein klein bisschen aufgeregt, wieder Final Fantasy 14 zu spielen, weil ich habe halt Angst, dass ich gerade voll Bock drauf habe und dann, keine Ahnung, nach fünf Stunden sage, boah, ja, ne, jetzt reicht es. Jetzt reicht es. Wie gesagt, das war ja nur eine kleine Testaufnahme, mehr oder weniger Testaufnahme. Eigentlich wollte ich richtig aufnehmen. Dann habe ich OBS gestartet und gesehen, da ist ja so ein neues Feature und dann wollte ich das gerne probieren. Deswegen nur so eine kurze Aufnahme, falls das Feature irgendwie in die Hose gegangen ist, dass also, dass da irgendwas passiert ist mit der Audioaufnahme, dass da nur eine Stunde kaputt ist. Eigentlich würde ich nur eine halbe Stunde machen, aber naja. Ich hatte das bei Mystic Quest, dass ich drei Stunden Aufnahme oder sogar mehr drei Stunden aufgenommen habe und die ganze Aufnahme war für den Arsch. Da habe ich, weil es das ziemlich einfach ging, jedes, weil es so wenig Lieder hat, das Spiel hat ein Gebo-Spiel, habe ich jedes Lied einzeln nochmal eingefügt, wenn es laufen sollte. Das war vielleicht scheiße. Naja, das kann ich hier nicht tun, weil hier gibt es auch Sprachausgabe und so, was hier alles im Eimer ist. Das wäre nicht gut. Und vor allem, wieso teste ich das beim Spielen, wo ich das nicht nochmal spielen kann, weil das ein Online-Spiel ist. Ich bin so scheiße manchmal im Kopf, wenn die Aufnahme im Eimer ist, dann habe ich Probleme. Naja, Naja, dann lassen wir es erstmal. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis demnächst.